Ich sitze hier in der Talkshow, weil ich irgendwann mal angefangen habe, Quatsch im Internet zu schreiben. Das große Glück hatte, so ein bürgerliches Elternhaus zu haben, das mich im Notfall auch noch aufgefangen hätte, wenn irgendwann mal 2021 das Berghain-Kokain mir zu Kopf gestiegen wäre. Dann kam irgendwie die Pandemie, alle waren im Internet, alle mussten auf einmal auf den Bildschirm starren, auf dem ich die ganze Zeit stattfinde. Und deshalb fällt es mir schwer zu sagen, dass Erfolg immer so die fruchtharte Arbeit wäre, weil das ist sie nicht.